Hallo Leute, was geht? Ich bin mal wieder am Start, Janosch! Und mit dem? Und mit wem spiele ich heute? Leon! Patrick da. Ja, genau. Und was spielen wir heute? Skywars oder Bad Wars? Ich würde sagen, Quick Bad Wars. Ja, ich hab sowieso gewusst, dass wir Quick Bad Wars spielen. Bad Wars? Krass. Und leider verschiebt sich heute doch... Das Baro? Ja, genau. Um 15 Uhr. Ja. Scheiße, ne 3-Jahre-Runde will ich nicht. So lange ist aber auch nicht, weil wir halt... Ist bald 14, dann haben wir noch eine Stunde. Also so übertrieben krass ist das auch nicht. Ist ein bisschen doof, aber so übertrieben auch nicht. Alter, ich komm da nirgendwo rein, ey. Was ist das, ey? Ist einfach nur ein... Ähm... Das da. Guck mal in den Chat. Ach, dann. Wo? Bist du schon draußen? Ja, weil das ne 3-Runde ist. Oh, schade. Ich hab FG geschrieben. Mann, ich kann nicht mehr rein. Mach ne neue. Alter. Oder geh wir mal aus dem Server raus und wieder rein vielleicht. Nein, das liegt ich an dem. Alter ist dann tot heiß, Alter. Ich hab zum dritten Mal den Finger verbrannt. Wow. Alter, das ist heiß, Alter. Alter, 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 Alter. Ich hör mal aus. Let's my lobby. Ja, ich konnte nicht einschreiben. Let's my lobby. Let's my team Partner, allein, ist mir jetzt auch egal. Spiel mir doch normales Pertor, ist mir, ey. Was von der WMSE? Danach können wir auf jeden Fall wieder 2. Schau, der eine schreibt, anders geht's nicht. Anders geht's, geht's jetzt nicht mehr, sorry. Ich kann Klerox nicht fragen, wenn er nicht da ist. Ja, dann soll er sich das Skype auf sein Handy herunterladen. Äh, was? Klerox sollte sich Skype auf sein Handy herunterladen. Okay. Wieso wirklich so? Äh. Dummerloch. SP, aber das echt blöd. Mann, ich hab richtig Bock auf Baro, wieso? Machst du das wegen einer Person, wenn alle anderen dagegen sind? Ja. Dreh die Scheiße, Alter. Kann ich auch sagen, ich will nicht spielen und der singe hat gar keine Ahnung. Ja, dann soll, aber das Team mit die Maudis schreit. Ah, du hast das Spiel verlassen davor. Okay, dann geh ich auch raus. Ich hab voll rausgeworfen. Geil. Geil, hab ich auch gesehen. Geil, hab ich auch gesehen. Ha, 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 ha. Spieler verbrannt, Junge. Ja, am Mund aber jetzt. Hab übertrieben Hunger halt. Ach, das kochen's heiß. Alter, der eine, der verbrannt sich mal. Willst du dich unten auch verbrannt, Robert, Allah? Will ich mich verarschen, ein Lach? Bei jedem Essen, was ich je gestern mit meinem kompletten Leben ist immer ein Haar von meiner Oma drin. Bei jedem Essen. Bei Nudeln, bei Cornflakes, bei allem. Wolltest jemand hören von meinen Zuschauern? Nein, eben nicht. Echt? Müssen ja, aber jetzt. Also, du weißt schon, dass die Folge, dass die Folge nach der Aufnahme gleich hochgeladen wird. Ja. Jetzt müssen wir trotzdem Skywur spielen. Und ich kauf mir Zauberer kann. Ja, ich kann mit Zauberer kaufen oder Coafter. Soll ich mit Tank kaufen? Ah, 80.000 als Arbeiter. Wolfsünge kostet 18.000. Okay. Delleheim Schuss 3. Äh, dann kauf ich mir mal Wolfsünge. Gibt. Ja. 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 Eine Frage, Logo? Ja. Ähm, ja. Ähm, schneidest du denn Video da auch an dem, dass du die Sachen die dumm sind einfach rauskattest oder sowas? Oder machst du einfach alles stark direkt? Kann ich nicht so gut machen. Okay. Sorry, aber... Ja, kein Problem. Für mich ist ja kein Problem. Aber... Wo oft kaufe ich mir als nächstes? Ganz einfach. Ah. Schau. Schau, Wolfsünge. Schau. 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 Ich hab Wolfsünge. Ich hab Wolfsünge-Kittmann. 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 Ja. Wolfsünge-Kittmann. Nein. What the fuck? Scheiße. Ja, ich will machen. Äh. Schau, nimm. Nimm. Nein, die wollen wir die töten. Nein. Nein, die können nicht töten. Martin. Versuch. Versuch du nicht. Versuch du sie zu zähmen. Versuch mal. Ah, helf dich nicht mehr. Nein. Helfer. Die können dich nicht angreifen in der Schutzzeit. Ja, aber jetzt leichter. Da ist jemand. Als ob, Junge. Ruhigbar, da ist wirklich jemand. Oh, fuck. Fuck. Fuck, Allah. Mein Schwiege, du wirst mich verarschen. Yo, auch Zeugschwiege, Mann. Betreib. Oh, das ist heiß, Alter. Hörst du, auf was ich richtig Bock hab? Ich glaub, auch Ware. Aber nee. Es muss ja unbedingt um 15 Uhr sein. Ja. Ich frag mich lieber so übertrieben, wenn wir da einfach Diamanten finden irgendwann. Man wird wahrscheinlich ziemlich lange dauern, aber trotzdem. Wenn wir starten, wird einfach am Anfang jeder einmal rumschreien. Was passiert gerade bei dir? Keine Ahnung, wer gerade beigetreten ist. Ich hab auch noch nie ab. Hallo. Okay, bis dahin. Hallo. Äh, äh. Ich hab, ich hab, ich hab mir auf, auf kaum mehr, ähm, den geholt an der Zwölf-Jungen-Kitter. Hm. Ey, gib mir mal eine Waffe oder Rüstung halt. Yo, wow. Das nehm ich, weil das schlecht schlau, wie du meinst. Das, 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 das. Das Spiel legt. Das, 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 das. Das, 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 das ich Leute, ihr könnt jetzt sehen, was da in den Baruchett losgeht, bitte. Nein, Mann, ey. Nein, 15 Uhr. Juckt. Okay. Was jetzt? Läuft, Alter. Ja, Mann. Läuft den Mann. Ja, Mann. Okay. Dann muss man, okay, okay, wow. Kein Name, was? Oh, ey. Weißt du, Dieter? Leon? Ja. Ja, okay, passt. Brought it up. Pass es ab. Ja, Alter, treibt Milliarden Tiere spawns. Ey, sind meine Wölfe, Mann. Und gib mir Sachen, nicht nur Alvaluten, Mann. Ey, du machst jetzt mir diese Scheiße. Kannst du mir bitte ein Tier geben? Ein einzigen Tier. Bitte. Komm her. Da. Es kommt schon direkt, welch will ich mich verarschen, ein Scherz. Ich weiß, ich kann mein Bus Panzer-Craft, du nicht. Mööö. Ich auch. Nein. Schau, nimm, schau, nimm den Helm. Besser. Okay. Jetzt bräuchte ich nur noch Schuhe. Ah, ich hab' Leder-Schuh, geil. Hast du einer sehen, der Mann für mich? Nein. Warum? Weil, ich kann ab, ich bin mir da. Die kann ich Gold aufmachen. So einfach mir. Du Rauke. Du Rauke. Durischer Mensch. Keine Ahnung, was ich grad grad gesagt hab. Schau, darf ich jetzt da, dafür steckt die Knochen in dir. Was? Schau, dafür steckt die Knochen in dir. Ja, der Hund! Schlag nicht beim Hund mal, Digga. Aber ja, nicht. Trotzdem, aber, aber, aber falls du das machen solltest. Warum? Ja, kann ja sein, dass, dass du denkst, äh, zöntelst. Äh! Nein! Die gehen jetzt wieder zurück, wenigstens. Weil, wenn wir ihnen immer alle anderen Nerven, dann mach ich einfach den Täter hin. Tschüss! Nein! Ja! Ey, hör auf, Junge! Du gehst mit dir, du brauchst die Eier, Mann. Nein! Nein! Geh da, geh da rein, scheiß Hund! Und! Und! Mann! Willst du ein Tierhelm? Aber dann, aber dann lässt sie meine Hunde in Ruhe, okay? Ja, okay. Weil, ich helfe dir. Oh, ne, doch nicht. Ich hab keine Blöcke. Danke toll. Ja! Starf ich jetzt töten? Alles klar! Hey! Junge, was hast du so? Blame, ey! Was hast du aber? gehen der bock andere töten ja gleich und zweitens das ist nur sozusagen eine ganz kleine vorbereitungsrunde also also das geht um die fähre Prozent Prozent der Null ein und alles aus eine kleine fünf Stunden Prozent n n n bau ich doch bald zu und wo wir machen n durch ein PUSS-EI 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 Nein! Scheiße, was denn? Deine Hunde machen Selbstmord Der Server ist in 1-8, oder? Ja, genau Nein, HUNNI! Ja, egal welche 1-8 Irgendeine 1-8-8-1-8-9 Oh, er hat überlebt Ich weiß Okay, hat er nicht Oh, wer kommt? Nein! Die sterben alle! Nein! Du hast nur noch 2 Hunde Scheiße Ey, gib ihm bitte Du sollst auch die alte Sachen haben Nein, du brauchst keine Dias, ey Du brauchst keine Dias, ey Du brauchst keine Dias, ey Was fühlst du, Mann? Ey, Mann, du Wichser Erstmal was brauchen, was brauch ich denn? Also, ich brauch Schuhe erstmal, das wär schön Ich brauch eine Hose Guck's aber nicht Oh, ja Äh Es gibt aber noch Sachen drin bei manchen Sachen Oh, Essen, ja, Essen, geil Scheiße Das sind auch schon Diamanten weg Ey Ey Gott! Pass auf Die lassen wir das noch 2 Hunde Nein Ah, nein Ah, nein Ich bin nicht gegenseitig runtergeschubst Alter Okay Okay Na da alles Ja, da mach ich selbstmord Ja, weil ich mich auch rüberbaue, Mann Eben, böse Ey Ich hab noch ein Tier abbekommen, Mann Ja, du hast doch verdient die Ja, noch ein Hund, Alter Was fühlst du? Ey 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 Iiihiiiihiiiihiiihiiiihiiihiiiihiiiihihiiiiiihiiihihiiiihiiihihiiihiiihiiihihi Komm, lass mal rüber gehen, dann sind auch wahrscheinlich noch die hier ist Oder? Nee, sind keine mehr Ohh, diesmal sind alle schlau, also Diesmal sind alle schla- OH! Ich hab ein bisschen... Ich hab ein bisschen... Schau mal, Junge. Schau! Schau mal! Oh, geil. Oh, ja! Jaja, schreiz Schreck Allura. und und bittemann bist du inkompetent ich bin und und er wird die pdp warte was und die pdp aber er ist tot ja wir haben ja Applaus alter wer hat Boah Junge auch kein DS mehr soll ich wieder lustige Musiker machen? Ah danke nicht unter der Aufnahme weil das stört dem Niveau von meiner Aufnahmesession stört dem Niveau Vorderrack wie voll die Kruhe ist alter Ach vergibs nur Scheiße ey Ey hab ich ne Eisenhose geil Meint Winnie Hose du hast Du hast die Hose nicht verdient und bei mir sind die aus alter Chill Ja da hinten ich weiß Ja aber aber ich hab ne PGX du nicht Ah Gib mir mal Ah Hey Junge Ah Ah Ja Und Ja Nein Freunde ich hab recht gehabt Hey Mach man Ne Burstekopf man Winnie Ja Ja Kannst du mir mit Kannst du mir schul machen man Bitte Ich kann ich keine gute Hose machen warte Eine gute Hose machen warte 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 Ahne die ist besser Ach egal toll Ich hab keine Diamanten mehr ich hab meinen letzten Diamanten gemacht Ich hab grad zwei Tiers von mir gegeben Junge Ja ich weiß überhaupt keine mehr sorry Hab wirklich keine mehr Oh Spaß jetzt Oh mit richtig real Aufländerseite sind noch Diamanten Müssen aber in die Mitte gehen Ach Yodo Wir schaffen an die 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 Oh toll Was bist du runtergefallen? Ich hab dich einfach rüber Kuchen Weil Die Nächsten die ich jetzt abbaue das sind deine Ja toll Bitte fröhlich gern Ja danke Oh Was hast du denn Gold hab ich gegessen? Ich hab's gemerkt Was? Ja 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 Bitte Huah Alter Scheiße Du wirst ja der Mann Schuhe haben oder? Und ne Hose braucht auch noch bitte man Ok warte Ja dann gib mir der Mann aber auch Ich will den alten Bälle werden sie bauen Hose Und Schuhe Fertig Uuuuuh Ja Die hast du halt bekommen Wow Also Sag irgendwo rum Ah Alter Was ist das Junge Hilfe doch Au Jo Geil Geil Alter Ich bin in der Werkbank Zwei Jahre Alter Ich bin dort Ciao Das ist ganz super gemacht gell Ganz super Ich war die Rüstung bauen alter Wir waren auch zum Meckern XT Noch eine Runde dann ist die Aufnahme Aus Dann ist das aus mit einer Aufnahmesession Wuuuuh Allah Noch eine Stunde Dann können wir eh nicht in Varo reingehen Alter Nein nicht eine Stunde Noch früher Ja ok Boah alter Morgen kommt nächste Folge Was denn Doch 49 Minuten alter Du kleine Ah ne stimmt doch gar nicht Doch 49 genau Ne 48 Junge hallo Ja man ey Ja man ey Du kaktus alter Das hat jetzt gesagt Ich bin kein kaktus Ich bin ein Roboter Ey oh Ey oh oh Ey kaktus Kaputt Machen du Nix gut Ich hab rein getrunken weil ich einfach so Ich bin einfach so Das stickt alter Wenn du n Roboter bist dann musst du aufpassen dass du nicht von Loco gehackt wirst auch in der reihe aber ich habe gerne meine wo ich bescheid bekommen ob er kommt scheiße logo nur da will bescheid weil logo da ist alter so und wer was hat was ist im Ernst Junge was habe ich denn gemacht ey Geh mir ja, du bist richtig ne Scheiße, das ist normal Geh mir bitte ne Waffe Junge ich habe selber nichts Ja wow Ja dann gib mir doch halt die Axt oder so Gib mir halt die Axt, ist egal Boah, du hast ja ne Waffe an, du hattest ja ne nicht okay Hab ich's nicht, Alter, sagst du Hab kein Eidschwert geben da Ja okay, Wasser Hab ich keine Eidschwert, hab ich keine Eidschwert abzubauen oder was Alle scheiße und umgleich Ah, ah, ah Ah Ja Hallo Ja Leon, Alter, Oskar ich gehe ja leon hallo ist da er noch ich bin ich bin gerade nebenbei am aufnehmen ja nach der nach der runde ist sowieso schluss mit aufnehmen gewahrt die rote zu wieso ist er denn die jahre das ist doch nicht mal hallo hallo er ruft an alter vor naja die scheiß warum kommt ja mal was du und nun muss kein wort oder dieser gehen hat ich habe mich auch interessiert dass ich auch noch ja machen wir doch gegeneinander wie ich mit jassen gegen dich und das im sehen dass das jetzt mit der aufnahme ich hoffe sie hat das gefallen wenn ja daumen hoch und naja und auch an einem und auch an euren freunden bitte weiterempfehlen ja das war's bis nächstes mal